Ich bin Norwig Rüße, 50 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Ich bewirtschafte im Münsterland einen Biolandbetrieb mit 30 Hektar Nutzfläche, Rindern und Schweinen. Aber im Hauptberuf bin ich hier im Landtag. Ich vertrete hier für die grüne Fraktion die Bereiche Landwirtschaft und Naturschutz. Für mich sind die Themen Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit wichtige Themen. Das sind die Themen, die die Grünen aus meiner Sicht von allen Parteien am besten vertreten. Genau aus dem Grund bin ich grün. Ich setze mich ein für eine Landwirtschaft, die mit der Natur wirtschaftet, anstatt gegen sie. Eine Landwirtschaft, die Tiere gut hält, die vielfältig auf dem Acker anbaut und die insgesamt saubere, gesunde Lebensmittel produziert und für mehr Artenvielfalt in der Natur sorgt und sauberes Wasser hinterlässt. Wenn ich mal von der Politik frei habe, dann mache ich das, was hunderttausend andere Nebenerwerbsbauern auch machen. Dann setze ich mich auf meinen Trecker oder ich kümmere mich um meine Tiere. Das heißt also, ich arbeite dann noch auf meinem Bauernhof. Und wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich gerne ins Kino oder lese Fachliteratur, Landwirtschaft oder höre Musik. Mein NRW der Zukunft ist ein Land, das allen Menschen dieselben Chancen bietet, indem die Wirtschaft nachhaltig aufgestellt ist, indem die Ökologie eine große Bedeutung hat und wo vor allem die Menschen friedlich gemeinsam zusammen leben. Kino oder auch珍